Aua! Sergeant Bill Piquelo haben wir. So, dann geben wir den Code mal ein. Okay. Der Sturm wird schlimmer. Erreiche die Technik, Luke. Was? Achso, das ist der Automat, ne? Der Roboter läuft hier noch rum. Glaube ich. Oh nein, die Unsichtbaren sind hier, ne? Hier sind doch wieder die Unsichtbaren unterwegs, oder? Wo ist... wo sind die? Ich seh sie nicht. Oh nee, da sitzt... Hä? Wieso schon wieder vor allen Dingen? Da sitzt auch einer im Baum. Was sind das für welche? Kennen wir die schon? Warte mal. Ach, ich hab die Flinte benutzt. Ich wollte die Flinte gar nicht benutzen. Was sind... was sind das für welche, Alter? Nein, hör auf da in dein Buch zu gucken. Was ist ein Feigling? Der haut ab. Oh, Alter. Die greifen alle und hauen ab. Was soll denn das? Richtige Feiglinge. Oh, Alter. Was? Ach, der muss die Waffe immer umbauen. Achso, lol. Hier kommt einer durch den Busch. Nein! Uah! Geh weg! Du stinkst nach Maggi! Was ist denn mit dem? Heilungsriegel. Geil. Okay. Ihr wollt nicht so, dann nehm ich Gewalt. Da ist doch gar kein Problem. Der sitzt ganz in der Nähe, ne? Da am Baum. Ich seh ihn. Äh. Äh. Ist er ein Vereiner? Ist der am Leben? Oder hat er sich versteinert? Ich weiß es nicht. Uah! Was? 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 Feiglinge. Technikraum. Da lang. Es war so klar, dass ich da lang muss. Ich muss. Und da sind so Eier, die einen angreifen, ne? Wetten? Sind da so Eier, die einen angreifen? Weil die Flinte macht sich schon bewährt. Gerade bei denen hier. Aber ich will ungern jetzt auf die Pistole wechseln. Scheiße. Scheiße, Mann! Scheiß drauf. Äh, nein! Diese Drecksviecher, Alter. Wie sie einfach hinterlistig sind. Richtig hinterfotzig. Ich renne jetzt durch. Ist mir scheißegal. Irgendwas wird mich noch angreifen. Nein, hier ist ein Loch im Boden. Ah, nein! Der ist hinter mir, ne? Wie viel sind denn das noch hier? Nix zum Einsammeln. Äh, warte. Ich muss hier weg. Ich muss hier ganz schnell weg. Nein, lauf, lauf doch. Wieso rennt er nicht? Oh, ernsthaft? Ist das sein Ernst? Er rennt nicht mehr. Wieso rennt er nicht? Und hier kommen wir gar nicht zum Technikraum. Das ist ja toll. Sollen wir nicht zum Technikraum? Jetzt rennt er wieder. Ich muss weg. So. Gott sei Dank, Alter. Puh. Wau, wau, wau. So, machen wir mal offen hier. Okay. Das sieht sehr gut aus. Da gehen wir gleich mal hin. Ich gucke erstmal, ob wir hier was finden. Wir sind wieder blutverschmiert. Oh nein, da geht's weiter. Glaube ich zumindest. Bitte was? Okay. Das müsste die Bodenluke sein. Über die, die gesprochen hatten. Dann gehe ich mal zum Flur. H63. Hoffe ich mal, dass wir hier vielleicht noch ein bisschen Stuff finden. Death coming. Sehr schön. Hier kommt jemand aus der Luke, ne? Oder auch nicht. Ach, du Scheiße. Es war so klar. Aua. Ist das sein Ernst? Nein. Hilfe. Hör auf. Lass das. Das ist das. Nein, nicht verwandeln! Nicht verwandeln! Nein, nein, nein! Au! Okay. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Shit. Ja. Nicht wegpacken, Isaac. Du weißt, was uns erwartet. Ich glaube, ich würde mal auf die Pistole wechseln. Äh, hallo? Pistole? So, ja. So. Jetzt mit neuem Geschmack. Hm. Mit Raumschiff. Geschmack, schmack, schmack, schmack. Ganz egal, von welchem Mond du kommst. Ist ja toll. Das war's. Dann, aber es ist ja, wie wir sie durchführen. Ja, ich glaube, es ist schon mal. Dann, ich muss die Pistole anrufen. Dann, ich muss das neue Kürchen geben. Ich muss dasiyim sein. Ich muss das mal auf den Kürchen geben. Dann, ich muss das Radzymechen geben. Das ist das mal. Also, ich muss das auch auf dem Kürchen geben. Wenn auch das, was das bei mir im Kopf machen können. Ich muss das anrufen. Dann, wenn du das mal auf den Kürchen geben. Das geht. Dann, ich muss das mal auf dem Kürchen geben. Das geht. Aua! Bin fast tot! Warte mal eben! Geduldet euch mal! Ja, bitte! Ich bin kein Leckerbissen für zwischendurch! Nein! Auch nicht für mittendrin! Mittendrin stand nur dabei! Der hat nix dabei! Kann ich gar nicht glauben! Ah, anscheinend nicht! Verdammt! So! Hast du noch was versteckt für uns? Anscheinend nicht! Er verliert lieber Beine! So, was habt ihr denn schönes hier versteckt? Dass ihr hier mit drei Monster auf mich ankommt! Eine ominöse Tür, die wir glaube ich nicht öffnen können! Aber was haben wir hier schönes? Oh! Evakuierung! Officer Kaili Sierra! Dann hören wir das doch mal an! Äh... Kaili Sierra! Du musst los! Sie evakuieren alle Zivilisten aus der Kuppel! Ausgehende Bahn zum Hangar! Hör zu! Ich nehm die nächste Bahn! Ich bin direkt hinter dir! Muss nur noch... Was? Anscheinend ja nichts! Anscheinend musste er nur noch irgendwas machen! Aber er hat's nicht geschafft! Dafür bin ich jetzt hingegangen! Für ein dämliches... Tape! Naja gut! Und wie jetzt kommen es nochmal welche! Das ist was los! Dafür verbrauche ich hier Munition und alles! Ich könnte was viel Wichtiges gebrauchen! Energieriegel und so! Oh! Immer wieder gut zu jeder Gelegenheit! Usually C-Rationen? Nein danke! Gönn dir noch heute einen Power-Snack-Snack-Snack-Snack-Snack! Power-Snack-Snack-Snack-Snack-Snack-Snack-Snack-Snack-Snack-Snack-Snack-Snack! Bescheuert, oder? So! Dann würde ich sagen, wollen wir mal... Ab in die Luke! So! Wir müssen da lang! Aber wir gucken mal! Das sieht toll aus! Da ist jemand gestorben! Und da sind irgendwelche Leute eingepuppt! Oh bitte! Keine Spinnen oder so! Bitte nicht! Ich will das nicht! Suche nach dem gefallenen Brückenübergang! Okay! Hui! Das sieht ja toll aus! So! Was haben wir hier? Liegt hier irgendwas? Nein! Oh! Sind die wieder hier irgendwo in ne... Ah! Da hinten schleicht einer! Da sehe ich zwei Stück! Da sind zwei Stück auf jeden Fall! Mal gucken, vielleicht können wir uns anschleichen! Oder auch nicht! Ähm... Nein! Oh ja, Freunde! Oh ja! Hui! Das sieht ja toll aus! Das wird ja ein Spaß! Ich freue mich ja jetzt schon! Da wackelt's ja richtig hier! Hui! Oh, Alter! Alter! Ey, der hat sich verwandelt! Hör auf damit! Nein! Lass mich! Ua! Geh weg! Ua! Lass mich! Nein! Scheiße! Fuck! Wann diese... Dadurch, dass wir das Upgrade nicht haben... Weil er es ja durch den Speicherstand... Zurückgesetzt hat wegen dem Checkpoint! Haben wir das mit dem... Längeren Aufladen nicht? Das ist blöd! Wir haben auch keinen... Einen Energie-Akkusatz haben wir! Aber den können wir nicht nutzen, weil wir voll sind! Okay! Aber normalerweise nutzt er den ja auch automatisch eigentlich! ... Alter! Hä? Wo kommt der her? Nein! Ich muss näher dran stehen! Ua! Muss weg! Muss los! Huiiii! 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 Öh! Ganz schön gefährlich hier! Wie das hier spritzt! Da komm doch her! Komm mal her hier! Hallo! Wo bist du denn? Ah! Sieht das geil aus! Hm! Walzenparty! Huiiii! Du auch? Aber gerne doch! Boah, Alter! Boah! Jetzt fehlt nur noch die Musik von Blade! Alter Schwede! Ich würd's ja gerne mal machen, ne? Entschuldigung! Ich muss es ausprobieren! Ich will's sehen! Komm ich da nicht rein, irgendwie? Es gibt doch diesen Tod! Wie kommt man denn da rein? Man kann auf jeden Fall irgendwie sterben! Ich weiß nicht wie das geht! Man kann auch rein geraten! Geht das hier? Ups! Ups! Upsi! Das ist ja blöd! Ich wollte das mal sehen! Es tut mir leid! Das war jetzt kein schöner Tod! Ein bisschen zerschnippen! So! Müssen wir jetzt nochmal machen! Ist egal! Aber, äh... So, warte mal! Den Dicken nehmen wir als erstes! Glaub ich zumindest, oder? Oh! Wie! Aua! 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 Gibt das auch? Ich will mal was ausprobieren! Geht das? Naja! Irgendwo ist es hingeflogen! Nur nicht dahin wo es soll! Okay, das geht anscheinend nicht Hier wird also Holz zerkleinert, oder was? Oder wofür soll das sein? Oh, ich muss mich mal heilen, ne? Habe ich Heilung? Oh, ich habe keine Heilung Oh, fuck Das Problem ist, wenn man die so zerschreddert Kriegt man ja gar keine Items, ne? Das ist ja blöd Einschlag und wir sind tot Was, wo? Wo denn? Ich seh den gar nicht Hast du mal ein bisschen Ne Lebensspritze für mich? Mein Energie-Porno-Balken In meinem Nacken, der ist rot Komm schon, ich bin hier oben Was, hinten, was? Habe ich schon Hallos? Oh, lol Ach, sag bloß Das wird so schief gehen Ich brauche eine Lebensspritze Ja, danke Moment Ich bin noch nicht so weit Diese Brücke wird einstürzen Oh, nein Ich will auch so einen coolen Anzug Wie der Scheiße, Mann Die Biester verändern sich Mutieren Ja, ich denke, wir sollten von hier verschwinden Das ist ne gute Idee Warum der Anzug? Die Stationen haben bei der Räumung Schaden Wir müssen raus, um zur Bahn zu kommen Ja, zieh den Anzug an Der Sturm kommt immer näher Wenn du so weit bist, starte ich die Schleuse Ich hab dich nie gefragt Wofür sitzt du? Was? Hast du Angst, einem Murloc zur Flucht zu verhelfen? Hm, ja, schon Nun, das tust du Und jetzt? Pass auf Es ist lange her, okay War Selbstverteidigung Falscher Ort, falsche Zeit Ich hab damals viele Fehler gemacht Ja, ich denke, du hattest wohl einfach Pech Oh, volles Leben Wir haben wieder volles Leben Keiner ankommt seiner Schuld Hätte ich nicht das zusammengegangen Hä? Verloren Verloren Vision geöffnet Keine Funktion der Händichtung Ähm Anzugsschlagung aktiviert Anzugsschlagung aktiviert Das ist großartig Das ist sehr gut gelaufen Wer war denn dieser Oberguru? War das ein Obermonster Was reden kann? Oder Naja Boah, wie geil das aussieht Alter Schwede Verdammter Ferris Wie zum Teufel konnte er das überleben? Aber der war nicht mehr Das war Ferris, aber Das war ein mutierter Ferris Anzug online Gesundheit Und Inventar verbessert Ui Wir haben mehr Inventarplätze Alter Schwede Aber wir müssen immer noch upgraden Weil Der das ja nicht übernommen hat Aber cool Alter Schwede Hallo Gott ist es ein Sturm So Spiel speichert Sehr schön Ich würde tatsächlich auch so langsam zum Ende kommen Für diese Folge Und Dann können wir beim nächsten Mal Können wir hier einfach mal weiter gehen Da würde ich mich freuen Wenn ihr dann wieder einschaltet Zumindest auf YouTube Und Ja Also bis dann Tschüss Tschüss Tschüss